So, wir haben hier Arena Wars. Oh cool, Versus. Da müssen wir uns wieder umbringen, ne? Ja, kick each other's asses. Los geht's. Waffe schnappen, Waffe schnappen. Versus, reach the top. Oh je. Sieht auch aus wie auf so einer Großbaustelle. Aha. Was ist das? Oh, ich bin tot. Scheiße. Du hast die Bombe ausgelöst, das war eine Falle. Oh, oh. Aua, aua, auiuiuiui. Wir sind ja überall fallen. Aua nein. Was soll das? Ich hab noch nicht genügend geübt. Ich kann noch nicht mit fallen. Das geht noch nicht. Komm schon. Hä, aber wo sind denn die überhaupt? Waffen mal. Ich kann die gar nicht nehmen. Ich kann nicht so schnell auf die Taste drücken. Wie kann, was kannst du nicht nehmen? Ach so, wie das Ding da drüber? Die, 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 die. Ähm, die Waffe konnte ich nicht. Ah! Oh, aua. Oh nein. Das hat mir den Kopf weggeballert. Hey, da unten sind Trampoline. Das ist ja lustig. Oh, ich will auch auf dem Trampolin. Ja. Da kann man sich drauf fallen lassen. Und dann wird man wieder nach oben gekickt. Das ist voll cool. Das sieht aus wie lauter so Murmelbahnen. Aber es sind leider keine. Nee, ne? Das wäre so cool, das runter zu rutschen. Kann man das? Was? Nein, leider nicht, aber es wäre toll. Oh ja, das wäre eine Sache. Siehst du, dass genau so reagiert. Was wohl? Ich habe meine Spritze verloren. Ach, da unten sind ja auch Waffen. Jetzt kapiere ich das erst. Ach, was stirbt gar nicht, wenn man runter geht? Doch. Doch, doch. Ich bin schon ein paar Mal gestorben, weil ich die ganze drunter falle. Ach so. Ja, ja, ja. Ich spiele das, glaube ich, nicht richtig. Ja, sag mal, sonst geht es dir doch ganz gut, Nessi, hä? Stopp, ey! Ach, komm. Stopp, ey! Oh, nein! Ich bin raus. Ach, krass. Und ich dachte, ich springe hier die ganze Zeit runter. Wenn man bedenkt, dass ich mich fünfmal... Und wie viel Leben hat mit fünf? Ich glaube schon, ne? Ja, fünf. Ja, dass ich mich fünfmal selbst getötet habe. Oh, ich bin in die Bombe gelaufen. Das ist richtig fies mit der Bombe. Oh! Ja. Hoppala! Okay. Das war es dann wohl. Das war schnell. Der einbeinige Spritzer hat gewonnen. Dann such mal deinen, dein Ziel. Der einbeinige Spritzer. Nessi, was ist denn eigentlich los? Ich weiß auch nicht. Es tut mir leid. Das klingt aus... Vorsicht, liebe Leute, der einbeinige Spritzer ist unterwegs. Laufen Sie nicht durch die Straßen, wenn es dunkel ist. Lass die Kinder in den Häusern. Es tut mir leid. So, Arena Wars war ja ziemlich hart, ne? Ja. Machen wir weiter hier. Wir machen mal das nächste Level. Das sieht doch besser aus. Das ist wieder ein... Ne, oh, sorry. Ich habe mich daneben... Ich habe mich verklickt. Du hast dich daneben... Das ist dich daneben. Fließt Fenstertür und allerlei, sonst kommt der einbeinige Spritzer vorbei. Tete, tete. Ich glaube, hier muss man oft seinen Kopf abreißen. Hört sich so. Aha. Throw it, respawn. Ich glaube auch, ja. Ja, ne? Werfen wir unsere Köpfe in der Gegend herum. Das machen wir doch gerne. Das ist ein kleines Fleischstück. Oh ja. Ein leckeres Stück Fleisch. Ach, herrje. Das sieht schrecklich aus. Okay. Er nimmt erstmal den Kopf ab. Ja, du hattest doch gesagt. Ja, ich dachte erstmal gucken, was hier überhaupt so... Das ist ja interessant. Das ist Weitwurf. Ach, ich habe mich weit genug geschmissen. Das ist Weitwurf. So, jetzt pass mal auf hier. So, jetzt pass mal auf hier. Jetzt machen wir einmal hier den unter die Beine Grabscher. Hey, komm nicht so weit. Ich habe meinen Kopf irgendwie zurückgeworfen, aus Versehen. Hallo. Oh, zu Gott. Hä, ich komme nicht bis dahin. Oder muss man es vielleicht gar nicht da direkt hinschmeißen? Ich überlege auch gerade. Aber... Vielleicht muss man ja über Bande spielen. Hey, ihr habt mich runtergeworfen. Voll gemein. Ja, sag mal, du bist kritisch hochverschnittet hier. Ganz ehrlich, ich spiele es über Bande. Über Bande? Ich probiere es mal, ja. Okay, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Nee, Moment. Nochmal. Ich bin genau unter Errungenschaften. Oh, das war die falsche Bande. Hey! Ja, wirf mich da halt einfach ab. Ich bin so... So, äh, äh... Wie soll man denn da rüberkommen? Hm. Hm. Vor allem, wo werft ihr denn eigentlich hin? Ja, ich dachte da oben so drauf, oder? Dachte ich eigentlich auch. Aber wahrscheinlich nicht. Hm. Flieg und Sieg! Ah, das war zu kurz. Au. Ich wurde zerdeckt. Wahrscheinlich ist rechts oder links neben uns irgendwas. Hm. Sehr mysteriös hier, äh. Sehr mysteriös. Vielleicht da oben hin? Nee, es geht auch nicht, gell? Nee. Ich komme immer so zu dieser komischen Apparatur. Wahrscheinlich soll man einfach springen. Nee, auch nicht. Okay. Oh, ihr könnt springen und im Springen den Kopf schmeißen. Oh, krass. Okay, alles klar. Ach, nö. Ja. Oh, Mann. Oh. Ich bin auf der anderen Seite. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Seite nach drüben. Yay! Wuhu. Respawn. Okay. Und jetzt? Äh. Äh. Da oben. Oh. Oh, krass. War nicht weit genug irgendwie? Okay. Oh, krass. Jetzt hab ich nicht da. Oh, und durchgefallen. Oh, nein. Das ist so schwierig. Oh, Gott. Äh. Ja, genau. Oh. Nein. Oh, Gott. Push. Oh, Gott. Push. Tschüss. Das gibt's doch einfach nicht, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Wie haben die sich denn das vorgestellt? Ich weiß es auch nicht. Das ist einfach unnötig. Ach so, man kann da auch einfach rüberspringen. Okay. Was? Wo kann man einfach rüberspringen? Ja, auf diese roten Dinger kann man auch einfach springen. War's echt? Ja. Die da? Ah, jetzt stand ich grad drauf. Ja. Entschuldigung, falls ich dich runter... Ne, passt. So, jetzt steh ich hier und jetzt... Ach, ich bin tot. Ich hab all meine Leben verbraucht. Ja, ich auch schon fast. Aber ich hab noch den Checkpoint geschafft. Ich bin ja tot. Super. Oh, ich bin ja tot. Wie konnte das nur passieren? Wie ich da grad nicht durchgekommen bin. Oh, Gott, oh, Gott. Ah, nein. Scheiße. Oh, nein. Jetzt bin ich auch tot. Oh, ich wollte auch noch weitermachen. Los, du musst es jetzt schaffen, Chris. Ich bin noch dabei. Wie viele Leben hast du denn noch? Acht. Oh, was? Warum? Das ist auch reif. Das ist ja echt nicht gekriegt. Das ist auch reif. Geht ja mal gar nicht. Wo ist denn das Ziel? Oh, Gott, das dauert... Oh, nein, da sind ja schon wieder die Spike-Bälle. Ich glaub, wir sollten froh sein, dass wir tot sind. So müssen wir die nicht mehr machen. Mhm. Ich glaub, die kommen noch öfter. Ich befürchte es. Und jetzt? Du kannst ja gar nicht da hoch. Du musst ja deinen Kopf wieder abwerfen. Da links hoch, ja. Den Kopf hochwerfen wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich wieder springen und werfen. Oh, Gott. Da hochrennen, wo die Bälle runterkommen. Oh, Gott. Wenn du deinen Kopf runterlässt, dann würde ich, ne? Das ist richtig lustig. Aha. Ja! Hans, schau mal, ist da still missing. Oh, nein. Muss ich da jetzt mit Körper raufrennen oder ohne? Hm, ich würde es erst mal ohne versuchen. Ich muss erst mal so. Oder so. Kann ich eigentlich die Kamera drehen? Ah, okay. Ah, verstehe, okay. Hm. 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 Das ist schwierig. Kannst du mit den Ketten sägen die Bälle kaputt machen? Ich muss da... Oh. Ich kann da nicht rüberspringen, wie es da aussieht. Ach so. Ah. Ach so, dann springst du, dann schmeißt du deinen Kopf. Oh. Oh. Näher, näher ran. Geh doch näher ran. Oh. Okay, ja. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Hä? Toll, ich sehe nur noch deinen Körper. Ich glaube schon, aber... Komm weiter. In drüben. Ja, super. Ah, jetzt sehe ich deinen Kopf. Super geil. Was soll ich jetzt hier? Ach so, wahrscheinlich, eigentlich... Hä? Nee, hä? Nee, hä? Ich soll hier doch mit dem Körper hin. Ja, aber das geht doch gar nicht. Wie soll man das denn schaffen? Ah, so. Okay. Oh, krass, okay, super. Oh. Oh. Nein, nein. Lauf, lauf. Ja, nein. Uh. Super, super. Ah, okay. Wie geil ist das denn? Das ist eigentlich ganz schön, ganz schön, ganz schön fies. Und jetzt? Ah. Musst du rüberspringen, also rechts, links. Ja. Okay. Ui. 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 Das hat aber gut gemacht. Aber wirklich? Oh ja. Das schaffst du, das sieht gut aus. Das schaffst du. Oh, toll, Mensch. Ja. Ganz toll. Voll gut. Ja, richtig gut, ey. Das stinkt mir irgendwie voll ab, vor allem ich. Total. Nee, also, du bist echt der Pro-Gamer in diesem Spiel, muss ich schon sagen. Ja, ich hab das Mietgebietet im Moment. Jetzt, wo's bei dir läuft, ne? Läuft's bei dir. Ich hab das Mietgebietet. Es ist, äh, ja. Ich wiederhole nochmal, dass das Play ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht der Eindruck. Oh, hier ist wieder ein Co-Op-Level, wie geil. Oh, Co-Op, yo. Oh, Team Psycho. Okay. Das zweifle ich an. Kriegen wir das hin? Scheiße, ihr habt schon verloren. Ach, Quatsch. Das schaffen wir. Ja, schaffen das. Ja, okay, wenn keine Bände dabei sind. Oh, Würfel. Wir schaffen das. Okay, gut. Oh, ja, wir können's wirklich nicht alleine schaffen. Ey, und gleich mich alleine lassen, genau. Alles reif auf. Fängt ja gut an. Ah, uh, nein. Nee, okay, wir müssen zurück. Oh, Gott, oh, Gott. Und so. Warte noch nicht. Oh, shit, Entschuldigung. Ich geh einfach aufs nächste und warte da. Genau. Ja, das ist doch gut. Das ist doch perfekt. So. Also, wie die Schnecke eskaliert, wenn man nach oben fährt. Wie, echt? Mhm. Die eskaliert ja komplett. Die freut sich halt voll. Oh, nein. Nein. Tschüss. Okay, wir kommen. Es reicht mir, wenn ihr erschaut. Ach, guck mal, hier. Ich bleib einfach mal hier stehen. Ach so, der Weg ist jetzt frei. Du kannst zurückkommen. Ah. Wieder ein Anfang. Was ist das hier? Ich komm schon. Wenn ihr ein Headshot. Kannst du dich sonst auch nicht... Ja, genau. Nee. Was ist das hier? Da drüben geht's nach oben. Ja, danke schön. Hä? Wenn man auch die Dinge drauf drückt. Ach so. Muss man dann drauf bleiben? Oh, verdammt. Ah, nee, okay. Hä? Was war das gerade eben? Hä? Müssen die alle grün werden vielleicht? Ich glaub schon. Ah. Ist das okay? Haben wir jetzt alle grün? Ich glaub schon. Ja. Nein, oh Gott, ich bin schon wieder abgestürzt. Aber ich glaub, da müssen wir drüben drauf. Ich glaub, da müssen wir drüben drauf. Verdammt, sorry. Moment. Ist es vielleicht diese hier? Ja, genau. Die sind ja mit diesen grünen Leuchttisch... ...strichen verbunden. Okay. Jetzt erst mal nichts tun. Okay. Nichts tun. Ich schaff das nicht. Oh, nicht. Ich schaff das nicht. Ich schick dich mal nach oben. Okay, dann jetzt das hier. Genau. Okay, du musst sagen, falls wir was machen sollen. Oh, fuck. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Okay. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich auch. Ich weiß es. Super. Guck mal, ich weiß es. Wir können ja auch zu zweit hoch und einer macht... Ja, ich lass euch raufhauen, weil ihr nehmt ja auch auf. Oh. Okay, wartet. Was soll ich machen? Nessi, musst du auch rauf? Geh rauf, Nessi. Geh rauf. Auf welches? Nein, nicht auf die Schaltfläche. Du sollst da vorne rauf gehen. Achso, ich soll da drauf gehen. Okay. Ja, ja, genau. Ich schick dich jetzt nach oben. Okay. Und ich glaube, hier musst du dann noch eine bewegen. Genau, das ist es nämlich. Ah, verstehe. Okay. Moment, Moment, Moment. Okay, ich bin drauf. Okay, und jetzt... Warte, 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 warte. Okay. Sind wir beide da? Ja, jetzt ist es runter. Wie, du schmeißt mich runter. Entschuldigung. So, ich lass hier viel Platz. So, super. Sehr gut. Teamwork. Und jetzt ist hier vorne offen. Cool. Ah, cool. Dann besporen wir uns einfach. Wee. Checkpoint. Hey, das hat ja gut geklappt. Cool. Jetzt haben wir lustigerweise sogar beide geschafft. Super. Hier rauf. Le Checkpoint. Zählt das? Ich bin nur halb. Ah, ja, okay. Das wäre ja lustig. Wenn das dann nicht ginge. Ja, weil das sind ja ganze Menschen da drauf. Ja, danke schön. Ja, schönen Dank. Nein. Aber was ist da drüben? Ganz echt. Oh Gott. Ach, da drüben ist die Tür, durch die wir alle kommen. Hey. Du bist zu früh gesprungen. Oh. Du bist wieder runtergefahren. Oh. Ach nein. Nein, Leute. Das gibt es doch nicht. Ihr wurdet gleichzeitig zerteilt. Schnell. Hey, du hast mich geschubst. Nein. Huh. Ah. Ich werde auch angry hier. So wütend. Oh nein. So wütend. Hey, nicht auf meinen Kopf hüpfen. Ja, sorry. Da ist ein Hacke. Oh. Ja. No. Nein. Ich komme schon abholen. Ich komme. Zwei Stunden im Spieltippen. Mach drei draus. Okay. Fliegt mir da voll in die Arme. Ja. Oh, warte. Nein. Egal. Ich gehe einfach mal zum Checkpoint und dann holen wir dich. Deswegen habe ich Trust Issues. Ach so, du bist ja wieder ganz da unten. Hallo. Why you, why have you betrayed me? Oh, schau. Oh nein. Wir können dich nicht mehr holen. Wir müssen jetzt ohne dich, äh, falsche Richtung. I'm so lonely. Lonely, lonely, lonely. I have no body on my own. Ich komme da irgendwie nicht mehr runter. Ja, du musst fallen. Ja, aber das richtige Fallen wird gelernt sein. Das kann nicht jeder. Nein. Egal, ich kann ja, ich kann ja... Ja, ja, eben. Was ist das drüben? Da drüben ist doch... Nein, da ist gar nichts. Oh, guck mal an. Oh nein. Halt, halt. Scheiße. Okay, jetzt, jetzt kannst du rüber. Und dann da rüber. Und dann mache ich jetzt... Was soll ich jetzt hier unten? Ich weiß nicht, was du da treibst. Komm ich da so rüber? Ah ja. Das kann man zu weit machen. So, jetzt gehe ich da hin. Jetzt gehe ich da hin. Und dorthin. Jetzt musst du da rüber. Jetzt gehe ich da hin. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Nein! Doch, jetzt! Ja? Ja! Nein, doch! Ah! Ja, ich bin tot, das ist ja geil! Echt? Das gefällt dir? Okay, ich stehe hier schonmal. Willst du erstmal rüber? Warum betreut ihr mich denn dauernd? Was ist denn los mit uns? Wir warten doch brav hier! Wir sind doch da! Jedes Mal truste ich euch voll und dann kommt dann sowas bei rum, ja? Du trustest uns? Ja, ich truste euch. Voll am trusten. Nein! Was macht ihr denn da? Soll ich dich mitnehmen? Entschuldigung, es war grad einfach so gut. Liebe Zuschauer, sie springt da drauf und Nessie kickt mich aus Oblivion raus. Nein, ich hab gar nichts gemacht, ich steh da nur. Da, liebe Zuschauer, sie sind irgendwie hier mistrustet. Oh Gott, ja! Der Checkpoint! Wie wir jetzt mal ohne ihn abbauen. Das wird irgendwann nicht mehr gut gehen. Ja, ich glaub auch. Oh, das geht ja gar nicht. Oh, jetzt bin ich ja die, die hier alleine ist. Oh nein. Müssen wir unsere Köpfe da drauf schmeißen? Das kann sein. Mir fällt nichts anderes ein. Guck mal kurz, ob das... Achso, da war jemand da. Oh nein. Oh, verdammt. Ich hab's nicht mitbekommen. Danke. Oh, jetzt bin ich wieder hier, sorry. Möchten Sie mit diesem Fachstuhl einsteigen? Ich möchte, bitte. Nein, ich möchte diesen Fachstuhl nicht kaufen. Oh, ich bin untergefallen. Sorry. Halt! Willkommen in den Fachstuhlservice. Gris Anguri. Auch japanisch genannt, Anguri Gris. Wir fahren heute in den ersten Stock. Anguri. Mit einem französischen Akzent. Mann! Ich will jetzt hier Fahrstuhl schaffen. Alles klar, ich hab's abgefunden. Fahrstuhlsimulator. Möchten Sie in den ersten Stock... Stoch. Stoch. Oui, oui. Stoch. Ja, das geht. Wenn der Kopf drauf ist. Aber ich weiß nicht. Das stimmt. Wisst ihr was? Ich bleib jetzt einfach im Bellish-Party. Ist mir jetzt egal. Die Schnecke geht voll ab. Oh nein! Geil, wenn man hier schon runterfällt. Ja. Worshu, willkommen in die Fahrstuhlsimulator 2017. Jetzt war ich aber zuerst da. Ich bin Ihr Gastgeber. Danke, dass Sie auf mich gewartet haben. Tschüss. Tschüss. Das war's. Vielen Dank. Oh, ich kann mich wirklich wieder an meinen Körper ranheften. Auf Wiedersehen. Das ist ja cool. Oh nein! Das war ich nicht. Doch. Nein. Du bist... Ich stand da ganz... Halt da oben, hallo. Hallo. Na? Alles klar? Ja. Warte, ich hör mal meinen Kopf rauf. Ich geh da nicht mehr runter, du. Warte, ich darf mehr. Wenn ich das schon mal schaffe. Hallo. Müsst du die Nessi nicht eigentlich auch langsam mal runterkommen? Ah. Nessi, jetzt kommen wir wieder auf den Boden zurück. Oh nein! Hahaha. Jetzt brauch ich dich auch nicht. Jetzt komm her. Hahaha. Ich sag doch, du kannst es nicht ganz alleine. Ich geh doch ganz... Was war denn jetzt los? Nein! Ich geh doch weggekicken, was ist denn das? Wie der Kopf da einfach rumrollt, ist so geil. Hahaha. 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 Und dann komm. Oh Gott. Okay. Und jetzt müssen wir alle unsere Kappen... Oh Gott. Nein! Wo bist du? So unfair. Hahaha. 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 Warum hast du mich das Leben zu sehen? Oh nein. Vielleicht wieder oben. Kann ich meinen Kopf nicht wieder dran machen? Doch kannst du, wenn der noch da ist, ja. Wer die Hand zuckt, schau, schau. Ja? Ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Äh... Krieg und Sieg. Irgendeiner hat dann funktioniert. Also ich glaub, wir schaffen das Level nicht mehr. Ich glaub auch nicht. Das wird echt zu eng jetzt. Wobei man soll ja immer hoffnungsvoll bleiben, ne? Ja. Ja. Ich bin doch voller Hoffnung. Scrum. True. Moment. Tschüss Schnecke. Flieg! Also ich find ja hier so Fahrstuhl-Level ganz lustig. Ja. Machen wir doch, find ich, voll gut eigentlich. Hat was. Ja. Läuft. Läuft. Oh nein! Was springst du doch rechts von mir? Ja, sorry. Das ist doch meine Hau-Seite. Hahaha. Hahaha. Ich tanze jetzt einfach mal. Das ist doch meine aggressiv... Jetzt komm ich extra runter gehüpft und dann hüpfst du in den Tod. So sehen Sieger aus. Aber voll. Vor allem mit der Zunge da so... Hähä. 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 Hähä gewonnen. Hähä gewonnen. Ja, wir haben gewonnen an Erfahrung. Dankeschön. Ja, ich find auch. Auf jeden Fall, ja. Das find ich auch. Und im nächsten Fahrstuhl werde ich jetzt viel sicherer fahren. Was ist denn das hier? Auch eine Level-Beschreibung. Work together, you won't make it fall alone. Make it fall alone. Wow. Ja, und was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben geworkt und zwar together und es hat nicht funktioniert. Dankeschön. Lüge. Lüge, Lüge, das ist ne Rübe. Moment, was ist Puschwem? Moment, was Puschwem? Oh je.